Herzlich Willkommen zum nächsten Video von uns und heute ist es wieder ein etwas anderes Video, denn ich filme gerade mit meinem Handy. Denn es hat einen Grund. Wir wollen heute mal, oder ich möchte euch heute mal zeigen, was hier so passiert ist in den vergangenen Monaten. In erster Linie so ein bisschen den Blick hinter die Kulissen. Unter dem Fokus, dass ich keinen Platz mehr habe. Ich platze aus allen Nähten. Aber bevor wir das tun, gibt es ein kleines Update zu Weisetoys. Ich hatte schon befürchtet und es ist auch so gekommen, dass der Fendt 816, der im letzten Container dabei war, der wird nicht im kommenden Container dabei sein. Da gab es ein kleines Kommunikationsproblem. Dafür aber beide Deutz-Agros da. Also nicht nur der 631, sondern auch der 638. Kommen beide. Das dazu. Ja, das wollte ich nur loswerden. Und dann stehen wir mal auf. Ich hoffe, der Ton ist ganz okay. Und gucken mal rum, was hier so los ist. Erstmal kurz der Blick. Das ist die Videoband. Da sitze ich also immer. Und weil wir Behind-the-Scenes machen, kann ich euch, wobei das können wir am Ende machen, wie so gepackt wird und so. Fangen wir damit an, was sich getan hat. Es ist einfach verdammt voll geworden. Ihr seht es schon am Schaufenster in den Eingangsbereich, also nicht zur Straße, dass da jetzt alles doppelt und dreifach steht. Das gefällt mir eigentlich nicht, weil es ein bisschen beengt aussieht. Es ist aber halt kein Platz mehr. Wenn wir gerade hier zur Fensterseite gucken, ist halt sowieso wenig Platz. Da stehen jetzt auch die Mähdrescher schon auf dem Boden. Ja, es ist, wie es ist. Und die Seite, die kennt ihr schon vom allerersten Video, wo ich den Laden vorgestellt habe. Das ist oder da passt am meisten rein. Es gefällt mir ganz gut. Die Lücken, die da sind, wie da und da. Es wäre schön, wenn die tatsächlich frei bleiben. Allerdings sind das einfach nur Lücken, die ich gerade versendet habe. Das heißt, die fülle ich dann am Ende des Tages wieder auf und dann ist wieder kein Platz. Denn wir können ja mal rausgehen. Ich nehme immer mehr in Anspruch hier, weil einfach wirklich kein Platz mehr ist. Das hier ist der Raum der Laden. Da, da, da. Und hier steht ein bisschen Zeug. Weil kein Platz mehr ist. Also wir können das mal durchgehen. Hier stehen ein paar Lexion. Die sind halt einfach riesig. Die brauchen viel Platz. Hier kamen gerade frisch Traktoren rein. Hier sind ziemlich viele New Hollands, aber auch nicht alle. Also die Häcksler. Und das sind schon verpackt die Poster, die es gerade als Aktion dazu gibt. Und wenn wir weiter gehen, ist hier gerade frisch reingekommen. Der Wareneingang. Ein paar, wo steht es? Glas Arion. 660 in Schwarz und Grau. Das sind übrigens die Neuheiten, die auch schon viele bestellt haben und sehr gut laufen. Ich tue das mal hier hin. Dieser schöne Karton. Also der Karton ist der Hammer. Das ist der Graue. Der Schwarze genauso, nur dass das Grau schwarz ist. Also auf der Verpackung. Und genau das waren die im Wareneingang quasi. Das habe ich jetzt Wareneingang getauft. Eigentlich ist das einfach nur ein Gang. Naja, und auf der Seite stehen so ein paar andere Kartons, die reinkommen. Ich habe ja auch ein bisschen mit Lego zu tun. Naja, wir können mal hier ins stille Kämmerchen gehen. Hier stehen haufenweise Fendt. Die 818 und 820. 820 geht zur Neige. 816. 818, wie ihr seht, sind noch genug da. Hier vorne stehen auch noch ein paar Margekartons. Da stehen auch ein paar Kartons zum Verpacken. Und weiter geht's. Hier hinten gibt es noch ein großes Regal. Das ist jetzt nicht für euch gedacht, wenn ihr in den Laden kommt. Sondern da stehen eigentlich meistens doppelte und dreifache Modelle. Also quasi ein kleines Lager. und ja, da oben auch noch mal Kartons. Da. Da. Und da. Und ansonsten 3D-Drucker. Da. Und Laser. Der Laser ist für die Schraffur von den... Na? Ihr wisst, was ich meine. Die Platten. Die Steinplatten. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Das beschäftigt mich. Wie heißen die Dinger? Ihr wisst, was ich meine. So, und als wäre das nicht genug, gibt es noch hier in der Rumpelkammer gibt es auch noch ein paar... Gerade die Leonard-Weiß-Dinger habe ich mir ein paar weggestellt. Die werden vermutlich, wenn die... So ein bisschen in Vergessenheit geraten werden. Die vermutlich gut gehen. Weil es die dann nirgendwo mehr gibt. Ja, ansonsten ein paar Hänger. Also hier stehen so ein paar Modelle, die jetzt nicht so gut laufen. Die vermutlich... Erst abgehen, wenn nichts mehr da ist. Äh... Ja, und so ein Zeug hier noch. Ein paar Geschenke, was immer bei Bestellung dabei liegt. Klebeband. Und und und. Was halt so benötigt wird. Und was halt in der Rumpelkammer so steht. Schieferplatten. Es sind Schieferplatten. Die ich mit dem Laser-Laser. Falls ihr den Zusammenhang nicht mehr im Kopf hattet. So, wir machen mal Licht aus. Das war nämlich das, wo ich die Modelle so hinstelle. Und Fakt ist, ich habe keinen Platz mehr. Und ich werde mich um ein Lager bemühen müssen. Damit hier auch mal wieder mehr Platz entsteht. Und das wäre das Thema gewesen. Ich glaube, ich habe nichts vergessen. Dann kann ich euch noch so ein bisschen zeigen, was so hinter den Kulissen abgeht. Zum Beispiel hier beim Dresen oder hinter dem Dresen ist ganz interessant die Karten zum Beispiel. Jede Bestellung kriegt ja eine persönliche Karte, die dann von mir ausgefüllt wird. Die ist also noch nicht vorausgefüllt, falls es jemand denkt. Die wird persönlich ausgefüllt. Hier unten gibt es schöne Sticker. Plastikfrei verpackt. Oder der übliche, der außen am Karton steht. Ja, noch andere Varianten. Edles Rechnungspapier. Schöne Briefumschläge. Ein Labeldrucker, der druckt mit Licht. Also keine Tinte. Ziemlich cool. Ein paar Einkaufstypen, falls jemand hier vorbeikommt. Ein Geschenk im Moment ist auch ein Block. Gibt es bei manchen Bestellungen, wenn es nicht gerade der Bleistift ist. Das ist immer Überraschung. Also bei einem Neukunden ist es wirklich Überraschung. Wer schon oft bestellt hat, da gucke ich, dass jedes Geschenk mal dabei lag und nicht fünf Bleistifte. Und ja, ansonsten seht ihr auch hier, das habe ich vorhin nicht gezeigt, ein paar Jaguars. Hier stehen noch ein paar Fredos. Also es ist echt kein Platz mehr. Und ich hoffe, das bessert sich. Das wäre ziemlich wichtig. Verpackung ist noch interessant. Wir verpacken, wie die Sticker ja gerade gesagt haben, auf jeden Fall umweltbewusst. Die Sticker haben gesagt, plastikfrei. Gut. Ich verpacke, wenn es geht, plastikfrei. Punkt. Dazu gibt es hier so ein Kraftpapier. Jetzt war ja kurz die Akkumeldung. Ich weiß nicht, ob es währenddessen aufgenommen hat. Da gibt es hier so ein Kraftpapier in verschiedenen Größen. Das wird geknittert und dann polstert das schön. Es ist aber so, dass wenn extrem viel hochwertige Sachen drin sind, ist mir das noch ein bisschen heikel. Da gibt es immer das gute alte Luftpolster. Und, das ist jetzt recht neu, haben wir auch eine Luftpolstermaschine. Oder ein Maschinchen, die ziemlich lässig arbeitet. Und das hattet ihr vielleicht auch mal. Die hatten wir zu Beginn mit Papierluftfolien. Die sind richtig cool, leider sehr, sehr teuer. Und was das größere Problem ist, nicht für schwere Modelle ausgelegt. Da platzen die und kommen bei euch ohne Luftpolster an. Jetzt habe ich mich für recycelte blaue entschieden. Die sind laut Hersteller zu, ich glaube, 100% aus recyceltem Zeug. Finde ich auf jeden Fall gut und die halten mir aus. Und auch ganz cool, zumindest finde ich das cool. Was so an Verpackungsmaterial reinkommt, das hebe ich auf. Vorausgesetzt es ist noch im guten Zustand. Und dann wird das wieder benutzt. Und so denke ich, dass wir doch recht umweltbewusst verpacken. Wir haben auch noch ein Papierklebeband. Wobei das eine persönliche Vorliebe ist. Ja, das wäre so behind the scenes. Ich kann euch jetzt noch ein paar Work in Progress Geschichten zeigen. Ganz, ganz frisch sind ein paar 3D-Gewichte wieder reingekommen. Dabei handelt es sich um diese hier. Jetzt muss ich mal gucken, wie der Fokus arbeitet. Die gab es schon mal. Das neue jetzt ist, dass die aus dem Resin-Drucker sind. Die sind also nochmal in einem höheren Standard, sage ich mal. Die haben eine höhere Qualität als aus dem normalen Drucker. Und das sind hier übrigens 50 Modelle. Also 50 Gewichte, auch wenn es gar nicht so viel aussieht. Das war laut. Und ganz, ganz frisch ist noch ein Prototyp. Das wird auf jeden Fall am Ende schwarz. Ein Saphir-Gewicht. Der Fokus wird nicht so nah rankommen. Ist verdammt hochauflösend. Also Resin ist jetzt ein neues Thema für mich. Aber ich glaube, da geht was. Und ich bin mir sehr sicher, dass das Gewicht demnächst auch erhältlich sein wird. Weil der Prototyp sieht schon sehr vielversprechend aus. So. Jetzt habe ich erzählt und erzählt. Und ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Weiße Toys hatte ich erwähnt. Ich hatte euch ein bisschen gezeigt, dass hier kein Platz mehr ist. Das wollte ich einfach mal tun. Das ich nach dem Lager suche. Und eigentlich habe ich ja das Highlight vergessen. Ich habe hier so einen coolen Lego-Kalender. Der ist doch mega, oder? Der hat immer so coole, vermischte Bilder aus Lego und echtem Zeug. Ich finde den cool. Da stehen übrigens auch, kleiner Spoiler, die Videos drin, die demnächst kommen sollen. Wobei ich keinen Platz mehr am 13. Das Video hat sich verschoben. Sogar um zwei Wochen. Naja. So. Das soll es gewesen sein. Ich will es nicht in die Länge ziehen. Dann war das heute mal ein kürzeres Video. Ich hoffe, ihr fandet es interessant. Es ist tatsächlich ein bisschen lustig gewesen, meine ich, am Tisch zu sitzen. Und ja, ich hoffe, die Qualität war ganz okay. Ich wünsche euch wie immer ein schönes Wochenende. Übertreibt es nicht. Oder ich hoffe, ihr habt es nicht übertrieben. Vatertag ist ja rum. Der Männertag. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Und in diesem Sinne. Macht's gut. Ciao.